Ah! Na ja, dann eins. Und Schuss! Ah! Okay, na dann komme ich mal zu euch. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das euer Ernst? Was macht ihr bitte? Was ist das denn? Was ist das denn? Das waren zwei? Na gut! Okay, hart im Nehmen! Oder vertraulich irgend sowas? Ne, vertraulich macht es ja eigentlich keine Rennspuren. So, da bleibst du jetzt liegen. Muss ich nochmal dahinter gehen? Mach das aus! Was ist das denn? Was ist das denn? Ach! Wie ist das denn? Auch die Yui noch. Seid ihr eigentlich doof? Ja, ich schieße nicht so viel mit den Vögeln, aber... Ah, da hast du mehr. Und ich habe meine Punkte noch nicht gespart. Das ist eine Scheiße. Komm her. Ein Geiselhaken hier, ein Geiselhaken hier, ein Geiselhaken hier. Ja. Ich habe doch schon wieder die Yui gehört. Naja, egal. Oh. Wo ist das doch? Nee, das muss ich fangen. Diesmal. Oh. Hm. Ja. 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 Ich willisam. Aber sowas von willisam. Okay, dann nehmen wir sie weg. So, damit habe ich alle einmal aufgehockt. Was? So. Ich habe dich nicht gesehen, oder was? Oh, schön, dass du die Palette rausgenommen hast. Ich habe meine Punkte abgegeben. Hier kann erst mal nichts passieren. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Nicht? War aber irgendwo ein Totem? Ich wusste es doch. So rum. Ich glaube, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich habe gerade mal einen Generator gemacht. Warum? 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 Ich habe dich gesehen, Feng. Warum? 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 Welche Also, ziehe ich mal hoch zu dem Generator. Und geht hier mal dagegen... WURäume? Und Schuss. Okay, okay, okay. Aha. Da hinten. Wo seid ihr hin? Ah, ja. Jonah! Sehr schön. So. Selber schuld, also entschuldige bitte, aber selber schuld. Dann rennen wir doch nicht hinterher, was soll denn der Scheiß? Okay, da ist ein Schwein. Die sind doch doof. Entschuldigt bitte, aber das ist doch wirklich bescheuert gewesen, die Aktion jetzt. Wer hätte sich verstecken sollen? Und nein, ich lasse auch den Letzten nicht rauskommen, für sowas dämliches. Also bitte. Wie kann man denn nur so blöd sein? Irgendein Scheiß. So dumm. Da fehlen mir die Worte. Na ja, gucken wir aus. Ich bringe sie trotzdem einen GG. Ich meine, ja, ich sammle dadurch Blutpunkte ohne Ende, aber... Bringt's denn mir? So, wie können wir das? Untertitelung des ZDF, 2020